Hi, ich wollte noch ganz kurz zu dem Geo-Gobius was sagen, weil das schon was besonderes ist. Ja, weil er war eben ein exzentrischer Bürgermeister und Alchemist. Und wir haben halt hier die Stadt, wo Jakob Böhme gelebt hat. Guckt euch an, der wurde geboren hier, 1658 gestorben. Also hat er gleichzeitig auch mit Jakob Böhme tatsächlich da gelebt. Muss man sich vorstellen und ich vermute selbst, dass Jakob Böhme eigentlich auch ein Alchemist war. Ich weiß es nicht, vielleicht irre ich mich. Wie gesagt, ich habe das erst jetzt wieder aufgenommen. Ich habe das nur grob immer drüber gelesen, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe. Was kann ich dafür, dass er so viel ist? Wenn ich das wüsste, wäre ich gar nicht hingezogen. Wie man sieht, war der recht auffällig, weil der immer rote Kleider trug und eine voluminöse Perücke. Also der hatte wohl mehrere, aber die waren immer besonders auffällig. Und natürlich hat er sich mit Goldmacherei und so beschäftigt, weil Alchemisten eigentlich dafür irgendwie da waren hauptsächlich. Aber die haben ja alles mögliche gemacht. Man darf nicht vergessen, ja, Chemiker, die modernen, sind sehr verwandt. Zum Teil ist das sehr verwandt. Das hat sich damals ein bisschen abgespaltet. Aber weil ich da nicht so ein Experte bin, lasse ich das erstmal und sage einfach wieder nur das Grobe. Es gibt bestimmt Leute, die interessiert das auch nicht alles. Hier steht, ich habe mich doch vertan, Peter Stasse 13. Ich habe 12 gesagt, weil ich konnte nicht fassen, dass der in der 13 wohnt. Wisst ihr, vom Dings her, vom Zufall her, weil letzte Zeit, ja, ich habe das manchmal mit den Zahlen. Das ist halt die autistische Seite bei mir und mich stürzt nicht. Auf jeden Fall kurz, würde ich nur sagen, der wurde wunderbar Dinge nachgesagt. Natürlich, weil der anders war, hatte auch schon angeblich gezaubert. Und später, bei seiner eigenen Beerdigung, hat er angeblich aus dem Fenster geschaut. Ja, keine Ahnung. Er hat ja sein Haus auch Leichen einbalsamiert. Und natürlich, wenn man dann so Klamotten trägt, dann wahrscheinlich hat ihn das geschützt, weil er eben so hoch anerkannt war. Das hat ihn dann wieder vor dem Mob geschützt. Ja, ich weiß ja nicht, wenn er kein Bürgermeister wäre oder nicht wohlhabend. Wer weiß, wo der sonst geendet hat. Aber ich will gar nicht in diese Richtung. Leider ist die Welt so. Ich habe ja oft, ich muss gerade an Bruno denken. Dieser Giordano Bruno, guckt euch an, der wurde 1600 in Rom verbrannt. Okay, das war jetzt ein bisschen früher, aber was ist das schon, wenn ihr da guckt? Das sind so liegen wenige Jahrzehnte. Also der hat in der Zeit gelebt. Nur damit ihr seht, wieso ich manchmal auch gegen die Kirche ein bisschen so hetze. Weil zu dieser Zeit wurde zum Beispiel dieser Mensch hier verbrannt, weil er behauptet hat, dass es wahrscheinlich mehrere Planeten, also dass Planeten und Sonnen im Weltall wahrscheinlich ganz oft vertreten sind. Ja, dann saß der irgendwo erstmal im Kerker, ich weiß gar nicht, schon längere Zeit, und wurde dann lebendig verbrannt wegen Ketzerei und so. Da ist er auch hier, sieht man, er ist geflüchtet. Ihr seht, was das für eine Problematik war. Und das war die Zeit, wo diese ganzen Dichter, Denker, Komponisten auch existiert haben. Früher, später, ja, nicht so genau jetzt, aber das war schon eine sehr interessante Zeit. Aber gleichzeitig war die Kirche zu dieser Zeit auch stark vertreten. Das war so ein Kampf. Deshalb gab es auch diese Heimlichsturrei ein bisschen. Das musste es geben eigentlich, weil manche hätten es einfach nicht überlebt, wenn die zu offen darüber geredet hätten. Und wahrscheinlich haben sich manche natürlich bei der Kirche, hatten die einen gewissen Schutz, wenn die mit der Kirche zusammengearbeitet haben, dann dürften die sich manchmal auch ein bisschen mehr erlauben. Aber das ist nur so eine Vermutung. Tatsache ist, dieser Mensch wurde vor ein paar hundert Jahren verbrannt fürs Denken, fürs intelligente Weiterdenken. Verschwörungstheoretiker, Aluhut. Und wieso ich mich das so interessiert? Ich mache das Video nur so, ich werde jetzt nicht alles hier versuchen zu erklären. Ich muss ja selber noch lernen. Aber es ist halt diese Zeit. Und dann beschäftige ich mich mit den Schriften, mit den Bildern. Ich höre die Musik auch. Und wenn ich dann am Friedhof bin und teilweise Stunde zwei, ich zeige ja nicht alles, wo ich immer rumlaufe, dann ist das ein besonderes Gefühl einfach. Kann man erhaben sagen dazu. Wieso mich das auch interessiert? Das hat natürlich auch tatsächlich mit der Stimmung so richtig angefangen, weil das mich am meisten fasziniert hat. Das waren halt für mich erstmal die gewöhnlichen Sachen. Nur, irgendwann kommt das ein bisschen so zusammen, weil wir haben dann, ich vermute die Stämmerungen waren schon da, wo sie gelebt haben. Hundertprozentig waren die da. Und ich weiß ja nicht, ob das unter dem bekannt worden ist. Ich weiß ja auch nicht ganz genau. Es gab auch Freimaurer hier und so, aber die kamen, glaube ich, ein bisschen später. Es gab auch Rosenkreuzer hier. Und ich vermute ganz stark, dass es in Gölitz auch wenigstens ein paar Illuminaten gab. Weil es war eben diese Zeit. Und die haben sich, manche haben sich nach, zum Beispiel nach 11, 12, 13 Jahren, haben die sich schon getrennt, manchmal schon früher. Das war jetzt nicht so, dass eine Loge entstanden ist und alles hat gestimmt. Die haben sich untereinander auch nicht immer ganz verstanden. Und ja, die Kirche hat natürlich auch mitgemischt und war auch gefährlich für solche Leute. Nur, wenn sie einen bestimmten Status erreicht haben in der Stadt und gleichzeitig auch eventuell Bekanntschaften hatten, waren sie geschützt. Deshalb kann man solchen Leuten, haben wir es zu verdanken, dass es so etwas überhaupt gibt. Immerhin war Jakob Böhmer zum Beispiel, der hat eigentlich der erste deutsche Philosoph, könnte man sagen, und ausgerechnet der. Schumacher, ich meine, Meister immerhin, ja. Aber der hat weder eine Uni besucht, noch hat er wirklich sich so an die Regeln gehalten. Und das ist mehrmals aufgefallen. Also da steht es, ich will jetzt nicht alles vorlesen, der hat auch den Leuten da irgendwie Leder besorgt, das durfte der nicht. Dann hat er Geldstrafe gezahlt. Der hat sich über die Kirche lustig gemacht. Ich habe letztens so eine gute Seite über ihn gefunden. Der hat da richtig, ne? Der hat das lächerlich gefunden. Also teilweise. Obwohl er die Bibel benutzt hat, natürlich auch, um daraus seine Erkenntnis zu bekommen. Aber ja, da sieht man, das ist dann doch nicht so einfach, wie man das darstellt. Weil so wie er hier dargestellt wird, das ist wirklich nur egal, wie viel ist das? 5% von dem, die Person, Jakob Böhme, wollte ich eben durch solche Recherchen, so weit es geht, kennenlernen. Und es geht ein bisschen. Wenn man in sein Haus immer wieder reingeht, an sein Grab geht, seine Bilder und Werke vorliest, dann reist man mit ihm, zu ihm irgendwie. Und ja, ich würde sowas auch nicht erzählen. Schon damals, als ich Kontakt hatte mit gewissen Menschen, die haben mir das bewusst gemacht, Zufälle gibt es nicht. Und ja, das geht auch nie wieder aus meinem Kopf raus, einfach, weil ich sehe als selbst, was passiert, ne? Wenn man so unterwegs ist, ähm... Ich glaube, das kann man eigentlich gar nicht so, auch so richtig in Wörter fassen, aber es gibt Zufälle, die kann es eigentlich nicht geben. Das ist das wichtigste, Böhme erwägt in seinem Denken nicht nur die Heilige Schrift, weil das war eigentlich wahrscheinlich so seine Tarnung vor allem, ne? Klang das dann vermutlich ganz stark, weil er ganz viel alchemistische Symbolik hatte und so. Wie man sieht, hat er behauptet, dass aus der Natur, äh, diese ganze Geburt der, äh, Philosophie, Astrologie und Theologie, also, ja, wie sagt man, dass man das Ding zu verdanken hat, der Natur, weil sie, ein Geologe zum Beispiel, wählt ja auch, wenn sich jemand interessiert dafür, geht in Steinbruch, schaut sich Mineralien an, Steine, vergleicht sie, dann fängt er schon an, ich an, dann geht, das war einfach die Anfänge, diese Leute, die Spinner, die irgendwas gesammelt haben, für die meisten war das ja wertlos, aber selbst Goethe hat ja viele Fossilien und Mineralien gesammelt, genau wie sein Sohn. Auf jeden Fall, Jakob Böhme ist mir sogar noch ein Stück sympathischer als Goethe, weil Goethe macht sich für mich immer unbeliebter, ich glaube, im Alter ist er ein bisschen merkwürdig geworden, je älter er wurde, egal, äh, ja, Genie Wahnsinn, ne, vielleicht, wer weiß, keine Ahnung, ähm, sympathisch, aber dann doch irgendwie das mit den ganz jungen Mädels, äh, ich weiß nicht. Hey, Alex, guckt euch die Katze an, grüne Augen, ja. Hier geht's darum, die meine eigene Spinnerei, wo ich andocke, ich sag, ja, ich hab vielleicht nicht irgend, äh, dieser Genie, was die hatten damals, oder die, die Stärke, die Zeit oder das Geld, keine Ahnung, will ich mich auch deshalb gar nicht damit vergleichen, nur, hier, mystische, fantastische, zum Teil mit alchemistischen Spekulationen durchsetzte Auffassungen verflochten. Das, was ich vermutet habe, steht hier eigentlich. Hier stehen auf jeden Fall viele, viele interessante Sachen, selbst hier Gott und Lucifer, sind ja, entweder haben wir alle den gleichen Knall im, ähm, im Grundkern, der Antrieb für so eine Thematik, da muss man, glaube ich, irgendwie sich sehr ähnlich sein. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich andocke. Ich glaube, wenn man freiheitsdenkend ist, lässt sich ungern irgendwo unter, wie sagt man eigentlich, ja, nicht unterordnen, sondern, auf jeden Fall ist das wirklich interessant hier, allein schon, was auf Wikipedia über ihn steht, aber wenn man dann nachstöbert, dann wird es richtig mystisch und interessant. Und das ist es. Dieser Mann, ja, hier, das Foto ist das ungünstigste von allen, das war der, der war zwar, glaube ich, nur zwei Jahre älter hier auf dem Foto, als ich jetzt, aber ich vermute, er wurde irgendwie vergiftet. Ich weiß, es kriegt bescheuert. Nur, ich habe mich, mein Gefühl täuscht mich selten. Und ja, ich verbreite jetzt das auch nicht, ne, dass Jakob Böhmer vergiftet worden ist, Clickbait ist das, sondern ich vermute, es ist ganz stark. Und hier, 17. November ist er gestorben. Und jetzt nochmal was zum Bartholmoyes Skultetus. Ja, er war ein Freak. Quatsch, Spaß. Ja, und dieser Mann schaut hier wirklich sehr, er hat viel geschaffen, muss man so sagen. Ja, hier Astronom, Mathematiker und er war einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit mit Tycho Brahe, kennt ihr den? Und Johannes Kepler, ich habe früher, vor Jahrzehnten, mich jahrelang mit für Astronomie interessiert, deshalb kenne ich diese. Auch wenn ich ihren Namen wieder mal vielleicht falsch aufspreche. Egal. Sie haben sich gekannt, muss man sich vorstellen. Ja, der Bürgermeister aus Görlitz, der hier auch Entdeckungen gemacht hat, Sonnenkuhren und sonst was. Genial. Das sind so Leute wirklich, würde ich mich in der Stadt so einen begegnen, klar verbeuge ich mich gerne vor so einem Mensch, vor Respekt. Heutigen Bürgermeister habe ich nichts gegen, aber dem würde ich höchstens mit der Hand winken, wenn der mich begrüßt. Gut, wollen wir auf dem Teppich bleiben? Ich habe gar keinen Teppich hier, Parkett, aber egal. Oh man, ich sollte keine Witze machen. Nur, ja, es beflügelt mich natürlich auch, diese ganzen Persönlichkeiten hier. Und im Endeffekt geht es auch darum, dass die, sie wollten auch den Geist und die Menschlichkeit auf eine andere Ebene bringen. Also von innen wirklich, so dass das auf natürliche Art und Weise, das war kein Hexenwerk und das waren nicht alles Satanisten, Illuminaten und so. Und Illuminaten sind ja auch nicht wirklich böse. Wie ihr seht, hat er auch hier den Kalenderreform, hat er da starken Beitrag beigetragen. Denn, ja, auf jeden Fall hatte der wirklich was drauf. Und ja, ich wollte dir mal vorstellen, weil das war irgendwie zu kurz in dem Video, was ich davor gezeigt habe. aber es hat einfach nicht reingepasst. Ich kann das nicht erklären. Ich habe drei Tage für das Video gebraucht und bin trotzdem unzufrieden. Aber so ist es manchmal. Selbst wenn ich einen schlechten Tag habe, mache ich trotzdem was. Auch wenn es schlecht wird. Das ist so, weil man hat trotzdem was gemacht. Es ist schlechter in der Ecke zu sitzen und zu denken, hm, was soll ich machen? Das ist sowieso kacke. Ja, dann versuche ich das halt, ja. So, jetzt habe ich das nur nebenbei wieder hier erwähnt. Und ja, das ist Jakob Böhmer, wenn man sich die Bilder anguckt, hier wieder die Drachen und so weiter. Da gibt es so viele Bilder von dem. Ja, und dann guckt man und denkt so, Mann, das ist irgendwie, geht das teilweise ins Unterbewusstsein, und man versteht es teilweise erst nach einer Weile. Das fruchtet dann. Wie so Samen. Manchmal diese Bilder, aber auch die Schriften. Gleichzeitig bin ich ja draußen unterwegs und sehe ja die Wohnungen auch von innen, auch die Gräber und auch die Orte, wo diese ganzen Persönlichkeiten waren. Wie letztens auch Goethe, das Mose liegt ja auch hier und so weiter und so fort. Ich werde ab und zu werde ich mal ein, zwei noch bekannte Persönlichkeiten zeigen hier aus Görlitz, die vor allem auf dem Friedhof liegen. Und ja, sonst forsche ich weiter. Hier, hallo, Sonne, Stern, Licht, Auge, Sternbohrung, ja gut. Ja, und man dreht ein bisschen manchmal durch. Wieso aber auch nicht? Solange ich wirklich auf dem Teppich bleibe. Im Endeffekt forsche ich ja weiter und suche. Ich bin ein Suchender und werde das immer bleiben. Sowas gibt es gar nicht für mich wie Meister. Der Meister, vielleicht treffe ich den, wenn ich tot umfalle. Vielleicht holt er mich ab. Bis dahin, sage ich mal, schönen Abend. Ich bin ein bisschen Wie ist das? Ja, ich bin ein bisschen . ich bin ein bisschen